Ich habe das noch nie gemacht, ne? Herzlich willkommen zum Kochstream mit Luca, dem einzig wahren Phänomenalen. Und wir kochen heute was aus dem Overwatch-Kochbuch. Und zwar, wir kochen Karne Adho Vada oder so, irgendwas, irgend sowas McCree-Gericht. Einfach Luca nur Schürze und T-Shirt an ihm hin. Geil. Freunde, Kochstream, it is. Wir haben schon lange keinen Kochstream mehr gemacht. Luca hat, glaube ich, noch nie einen Kochstream gemacht. Erste Mal. Noch nie gekocht. Erst, noch nie gekocht. Jetzt, erst mal direkt mit dem Stream, wird reingehauen, Junge. Es wird geil, es wird nice. Ich glaube, es wird lustig. Und ja, mal gucken, wie es laufen wird. Wir werden auch natürlich, also ich werde versuchen, Luca viel machen zu lassen, ne? Weil du hast ja nicht so viel Erfahrung. Das wäre ja nicht so schön. Und deshalb, ich versuche natürlich ein bisschen einiges zu erklären. Aber, wenn ihr irgendwann sagt, ey, Moserino, halt dein Maul. Ich will nicht mehr, dass du erklärst. Luca soll das mal alleine machen. Dann gibt es auch Kanalpunkte, Belohnung. Und zwar, hör auf zu erklären. Für 20.000 Punkte und dann halte ich meine Schnauze. Und dann muss Luca das alleine machen. Ich muss aber alles alleine machen. Nein, nicht alles. Deshalb ist es ja so teuer, damit wir nicht hier Leute übertreiben können. Nur für so eine Minute, oder der nächste Schritt, sage ich mal, dass ich dann einfach nichts sage. Und Luca muss es aus dem Buch selber machen. Also ein bisschen Challenge. Pichisana hat es schon direkt gesagt. Ich darf es nicht erklären jetzt. Das kann ich ja nicht mal den Anfang erklären. Schmortopf. Ja, diesmal den ersten Schritt. Das muss man machen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und einen Schmortopf oder eine große Outlaw-Form bereitstellen. Ich weiß, ob jeder was noch... Ja, okay, Outlaw-Form weiß ich ja. Ja, Backofen vorheizen. Wie machen wir das? Wie heizt man Backofen vor, Freunde? Das hier steht für Celsius. Ja. Also ich denke mal hier an dem Ding drehen. Ich weiß nicht, muss man was bei euch eindrücken? Hallo, was für eindrücken, hallo? Was für eindrücken? Oder einfach nur drehen. Ja, aber da musst du ja irgendwas machen. Das machen wir erstmal auf. Achso. Mein Gott. Und die Zahl muss nach oben, die gewünschte. Weiß ich nicht. Das ist euer Ofen. Das ist nicht mein Gott. Ich darf es nicht sagen, Alter. Ich darf nichts sagen. Ich muss mein Maul halten jetzt. 180. Muss man das eindrücken? Bei uns muss man das eindrücken. Oh nein. Hä? Nein, das ist ein Alter. Da muss man nichts eindrücken. Ist das fertig? Nein, guck doch weiter. Das ist doch noch was. Ja, links. Ja, das Ding. Ah, das sind zwei Hitzen. Wie tut man den komplett aufdrehen? Mach einfach mal. Oh. Oha. 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 Das. Oha. Ja, 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 ja. Ja, ist gut, ja. Ja, ja, ja. Mach ich hin da. Ich stehe ja gar nicht auf Umluft oder was auch immer. Ne, mein ich ja. Das wusste ich sogar. Ja, egal. Kannst du machen, was du willst. 180, Junge. Perfekt. Oben wird vorgeheizt, Junge. Schritt Nummer 1 geschafft. Wunderbar. Jetzt geht es ans Eingepalm. Also jetzt geht es halt wirklich erst mal los, glaube ich. in einer großen Bratfarbe, bei mittlerer Hitze, das Öler wärmen. Ne, aber da müssen wir warten, wir müssen die Dinger hier machen, ne? Oh Gott. Was ist mittlere Hitze? Die Mitte einfach. Unten rechts. Oder rechts. Ja. Oder links. Ne, ist okay. Ist okay. Okay, mittlere Hitze. Wie viel gibt es denn? Oh, neun. Okay. Also die Mitte ist 4,5. Ja? Ja. Bisschen. Oh, guck mal ey. Oh, Meister Koch, Kollege. Oh, oh, oh. Hi Elo. Nicht nur in Outwatch, sondern auch beim Kochen, Junge. Ich hab doch ein Restaurant mehr, würde ich sagen. Ich hab ein bisschen Arbeit. Ausratt für sich, Junge, abgeschlossen. Nein, Junge, ich hab schon Angst. Was steht denn hier? Ein Zwiebel gewürfelt. Gewürfeln kann ich. Tja, dann müssen wir mal eine Zwiebel würfeln, gell? Aber weinst du nicht dabei? Muss ich dabei weinen? Ich glaube, bei der Brille nicht. Oha, er weint da nicht dabei. Ich muss gleich schwimmen. Wie der Tochterbrille holen, der weint nicht. Ich meine Würfel aus der Zwiebel machen, okay. Ja, warte, 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 warte. Er macht das, Freunde, er macht das. Damals konnte ich das, aber ich war schon ewig nicht mehr beim Dings. Beim Bistro. Da muss ich jeden Morgen Zwiebel schneiden. Für das Drecksmett, oder wie das heißt. Boah, guck, Junge, das ist Experte, Junge. Mann, aber das Poolen hat mich damals schon abgepockt. Ja, ruhig rund poolen, ey. Habt ihr einen Eddinger, damit Luca die Würfel auf die Zwiebel malen kann? Nein, haben wir nicht, ich bin schon ein. Nein, nein, nein. Guck dir das an. Ey, das ist perfekt. Chad, da tust du mal ein Set. Ja, Alex sagt das aber. Zwiebeln gewürfelt. Ja, das steht total. Hallo, ey. Perfekt. Das ist besser, Herr, nicht umsonst. Dadurch, geschneidete Schweine. Reicht das so, Chad? Willst du Pulver aus dem Knoblauch machen? Oder warum schneidest du den Knoblauch klein? Muss doch klein, hallo? Ich habe keinen Bock auf Knoblauchstückchen in meinem Maul. Ach, scheiße. Warte. Fünf, vier, fünf, vier. So, hier. Oh, weiter. Irgendwann gekocht oder weiß, Junge? Reine, tübe, oh, nein. Hey, hey, hey. Das ist doch was fürs Bett. Die Taubepräse ist immer noch da, Junge. Die Braunen sieht ja goldiger aus als mein Elo. Wow. Ja, kann schon, ne? Also, ich glaube, da kann man... Meißen, geht hier rein? Ja, da hat er rein. Oh, je, je, je. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ah, ich halte fest, ich halte fest. Ich kann bei dem Mixer auch einfach alles von der Schuhe, das wird locker gehen. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich war schrocken, Junge. Oh свет, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, natürlich, Dicker! Danke dafür! Freunde, du musst Fühnebrühe. Ich übernehme das Fleisch, du musst Fühnebrühe machen. Ah, verstehe. Ich habe noch niemanden... Ich weiß gar nicht, was Fühnebrühe ist. Also, ich darf das nicht erklären. Dann brauche ich da Esslöffel. Esslöffel sind die großen, oder? Nee, das sind Teelöffel. Die großen sind Esslöffel. Und die kleinen sind Teelöffel. Ihr habt keine Esslöffel. Was ist Esslöffel? Groß oder klein? Mit dem man esst, oder? Mit dem Essig... Ist es... Was für Essig, Junge! Was kommt das denn jetzt auf Essig, Junge? Was hat nix mit Essig? Esslöffeln sind die großen. Esslöffeln sind die großen. Einen großen Esslöffeln sind 20 Gramm. Auf 1 Liter heißes Wasser geht man umrühren. Essiglöffel. Mann! Freunde, wir haben es geschafft. Guck mal, das sieht doch in einer guten Soße aus, oder? Guck mal, richtig geile Gewürzmischung. Perfekt! Was ist der nächste Schritt? In Pink? Pink oder Weiß? Pink oder Weiß? Pink wird das Rohrfleisch? Hä? Fleisch ist richtig gut. Aber ich mach Pink. Pink mach ich immer für Lasagne. So. Mit dem Ding. So. Auch mit rein. Was ist los hier? Das ist aber echt gut geworden. Ein bisschen zu viel, glaube ich. Das ist aber jetzt echt ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja, geht gerade so. Das kann was. Würde ich jetzt gerne selber machen. Wenn ich jetzt hier alles auskippe, bin ich selber schuld. Okay. 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 Ich hab wohl Schüsse. Alter. Holy shit. Klappt? Joi! Ihr habt's geschafft! Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Vielen Dank.